Und ein weiterer Sieg für Raven West! Er ist halt mit goldenem Löffel im Mund geboren. Was Raven West will, das wird auch gekauft. Wie sind Sie zu Raven West gekommen? Nach meinem Sieg bei einem Rennfestival in Brasilia bot Marcus Ado mir eine Stelle bei Seneca an. Ich wollte zuschlagen. Doch bevor ich unterschrieb, bot Ryan McCain mir das Doppelte, um für Raven West zu fahren. Das beste Team, die besten Autos, die Chance, Geschichte zu schreiben. Kann man dann eins sagen? Ja, natürlich. Verständlich, gerne. Oh, mit Vergnügen. Mach ich doch gerne, danke. Siehst du? Bereuen Sie die Entscheidung manchmal? Nicht, wenn wir gewinnen. Also gut, wir können nicht mal annähernd mit Raven West mithalten. Scheint unmöglich zu sein. Versucht's nochmal. Und schaut, wie nah ihr herankommt. Unsere Telemetrie zufolge macht er auf den geraden Zeit gut, als ob er mehr wie es hätte als erlaubt. Ne, das ist einfach zu schnell. Ich weiß, er hat Talent, aber wir müssen doch zumindest neu herankommen können. Also wenn er erstmal in Führung ist, war's das. Dann ist es unmöglich, ihn einzuholen. Ich bin schnell. 2.20 ist schnell. Wir müssten ihn eigentlich einholen können, aber... Ich weiß echt nicht, wo wir noch was gut machen könnten. Geht weiter alles. Versuch noch eine Sekunde schneller zu werden. Es ist fast so, als hätte er einen Gang mehr als wir. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Ein Teil von mir schreibt danach, das den Offiziellen zu melden. Aber das ist nicht unser Stil. Und sie sind schließlich die Champions. Es ist ganz normal, dass sie schnell sind. Wir schaffen das schon. Klara ist langsamer und näher an der Zeit, mit der ich gerechnet hatte. Auch schnell, aber machbar. In den Kurven fährt er wie auf Schieken. Er verliert nicht an Bodenhaftung und liegt bei Geschwähigkeiten, die eigentlich über Steuern auslösen müssten. Okay, komm rein, 2.20. Wir sehen uns ein paar Aufzeichnungen an. Wir sehen uns ein paar Aufzeichnungen an.